Hallo, Martin Meter hier. Heute geht es um zwei verschiedene Vorstellungen eines Jenseits. Eine davon ist die christliche, die in Europa über viele Jahrhunderte hinweg gewaltsam durchgesetzt wurde. Wer im Mittelalter etwas anderes sagte als die Kirche, wurde als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Heutzutage ist die Macht der Kirche aber wesentlich kleiner, wodurch sich mittlerweile auch andere Jenseitsvorstellungen verbreiten konnten, besonders auch die der Esoterik. Beide Vorstellungen unterscheiden sich deutlich voneinander. Zunächst möchte ich die der Kirche betrachten. So heißt es zum Beispiel im aktuellen katholischen Katechismus, wir erfahren den Menschen nicht als Zusammensetzung aus zwei Teilen aus einem materiellen Leib und einer geistigen Seele. Wir verstehen den Menschen vor allem als eine Einheit und Ganzheit. Wenn etwa der Leib krank und leidend ist, leidet der ganze Mensch. Umgekehrt können leibliche Krankheiten seelische Ursachen haben. Und weiter, der Leib kann gar nicht ohne die Seele existieren. Er ist Ausdrucksgestalt und Daseinsform der Seele. Umgekehrt ist die menschliche Geistseele wesentlich im Leib und sie ist nicht ohne Leibbezogenheit zu denken. Und die Heilige Schrift spricht nicht von einer Auferstehung der Seele, sondern von einer Auferstehung der Toten. Das heißt, die katholische Kirche und die Bibel predigen die leibliche Auferstehung der Toten. Sie predigen den Glauben, dass der Tod ein sehr langer Schlaf sei, aus dem aber jeder Mensch am jüngsten Tag wieder aufgeweckt würde, indem ihm durch ein Wunder ein neuer Leib gegeben wird. Die Esoterik dagegen vertritt eine ganz andere Auffassung, nämlich, dass die Seele ohne Leib leben soll und vor allem sofort nach dem Tod weiterleben soll. Mit der Auffassung der christlichen Kirchen vom Tod als einem sehr langen Schlaf passt das überhaupt nicht zusammen. Aber obwohl es sich um völlig verschiedene Jenseitsvorstellungen handelt, sind sich manche christliche Vereinigungen nicht zu schade, esoterische Projekte finanziell zu unterstützen. Und manch ein angeblich neutraler Nahtodforscher ist sich nicht zu schade, solche Kinder anzunehmen. Hier ein Nachweis, dass Sempania, der Leiter der esoterischen AWARE-Studie, für seine Forschungsabteilung Geld von der christlichen Tempelstiftung bekommen hat. Und zwar nicht nur ein Trinkgeld für die Kaffeekasse, wir reden hier von 1,8 Millionen US-Dollar. Das zeigt, wie verzweifelt sich einige Gläubige einen Nachweis ihrer Überzeugung wünschen, selbst wenn die Art der Unsterblichkeit dabei eine ganz andere ist als in der Bibel beschrieben. Hauptsache, es wird irgendwie der Eindruck erweckt, die Seele sei unsterblich. Also, wenn ihr mal Fettkohle machen wollt und keine wissenschaftlichen Skrupel kennt, einfach bei der Temple Foundation anfragen und behaupten, ihr könntet die Unsterblichkeit der Seele beweisen. Aber beweist denn die Nahtodforschung nicht, dass es ein sofortiges Leben nach dem Tod gibt? Nein, tut sie nicht. Nahtoderlebnisse sind nichtssagende Halluzinationen, ähnlich wie Träume. Sie sind letzten Endes Zuckungen eines sterbenden Hirns und kein Beweis für ein Leben nach dem Tod. Das Problem, noch nie hat die Nahtodforschung bewiesen, dass eine Seelenaktivität ohne Hirnaktivität stattgefunden hätte. Die fehlende Hirnaktivität wird einfach behauptet, aber nicht nachgewiesen. Und es werden nur solche Erlebnisse herausgegriffen, die den Nahtodgläubigen in den Kram passen. Bei Nahtoderlebnissen, die nicht für ein Leben nach dem Tod zu sprechen scheinen, wird freimütig zugegeben, dass es sich nur um Halluzinationen handelt. Aber statt daraus den naheliegenden Schluss zu ziehen, dass alle Nahtoderlebnisse Halluzinationen sind, werden ausgerechnet jene Erlebnisse für real erklärt, die den heute gängigen esoterischen Jenseitsvorstellungen entsprechen. Cherrypicking nennt man das im Englischen und es ist ein typisches Anzeichen von Pseudowissenschaft. Deshalb kann man sagen, die Nahtodforschung ist eine Pseudowissenschaft, genau wie die Traumdeutung. Außerdem, große Teile der sogenannten Nahtodforschung sind korrumpiert durch das Annehmen von Fördergeldern, die von religiös-fundamentalistischen Vereinigungen stammen. Ehrliche, aufrichtige Wahrheitssuche verträgt sich aber nicht mit vorgefassten religiösen Dogmen. Warum ist das so? Ganz einfach. Die Zielsetzungen von Wissenschaft und Religion sind grundverschieden. In der Religion geht es darum, Beweise zu finden für den Glauben, wie er in den Heiligen Schriften festgelegt ist. Die Folge ist eine verzerrte, einseitige Wahrnehmung. Was gegen den Glauben spricht, wird unter den Teppich gekehrt. Nur die Tatsachen, die den Glauben scheinbar bestätigen, werden betrachtet. Kurz gesagt, Religion ist nicht ergebnisoffen. Wissenschaft wird von der Religion nur dann geduldet, wenn sie der Religion nicht widerspricht. Aber sobald die Wissenschaft Erkenntnisse gewinnt, die der Religion widersprechen, zeigt sich die Religion als Feind der Wissenschaft. Im Gegensatz dazu geht es in der Wissenschaft um das Herausfinden der Wahrheit, oder besser gesagt darum, sich der Wahrheit möglichst genau anzunähern. Wissenschaft ist deshalb ergebnisoffen. Experimente werden nicht durchgeführt, um eine Hypothese zu beweisen, sondern um sie zu überprüfen. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Wenn die Hypothese bewiesen wird, gut. Wenn sie widerlegt wird, genauso gut. So oder so hat man an Wissen dazugewonnen und darum geht es in der Wissenschaft. Trotzdem scheint die Wissenschaft zumindest für Laien manchmal dogmatisch zu sein, wenn sie zum Beispiel alle Ideen für ein Perpetuum mobile ablehnt. Das liegt aber nur daran, dass schon seit über 100 Jahren so viele Ideen für ein Perpetuum mobile vorgelegt wurden. Aber keine einzige hat je funktioniert. Wenn man eine Sache immer und immer wieder versucht und sie jedes Mal scheitert, dann liegt doch irgendwann der Schluss nahe, dass diese Sache grundsätzlich unmöglich ist. Inzwischen wurden durch zahlreiche Experimente sogar Gesetzmäßigkeiten entdeckt, die erklären, warum ein Perpetuum mobile sowohl theoretisch als auch praktisch unmöglich ist. Die Summe der Experimente, zusammengefasst in den Gesetzen der Thermodynamik, sind bei wissenschaftlich gebildeten Menschen bekannt. Die machen sich dann gar nicht mehr die Mühe, den x-ten Entwurf eines Perpetuum mobiles zu prüfen. Weil sie sowieso schon wissen, wie das ausgehen wird. Wissenschaftlich Ungebildete sind dann schnell beleidigt und werfen der Wissenschaft Dogmatismus vor. Aber das stimmt nicht. Die aktuellen Gesetze der Wissenschaft wurden durch sorgfältig durchgeführte, ergebnisoffene Experimente herausgefunden. Seitdem wurden sie immer wieder überprüft und dabei immer wieder bestätigt und nie widerlegt. Im Unterschied dazu wurden die Dogmen der Religion und der Esoterik nicht durch ergebnisoffene Experimente herausgefunden, sondern sie wurden durch die Autoren der jeweiligen Schriften nach eigenem Gutdenken festgelegt. Stark verkürzt könnte man sagen, in Religion und Esoterik geht es um Macht und Rhetorik, in der Wissenschaft geht es um Wahrheit und Logik. Danke für eure Aufmerksamkeit.